Cheerio, meine Lieben! Wenn egal, willkommen zurück zu Temtem! So, heute treten wir an gegen Drucho-Meisterin Tihami. Dann mal los. Ich denke, wir sollten in der Lage sein, zu gewinnen. Du hast es geschafft! Lass mich gegen die Böse zu hören. Da hast du bereits sehr geholfen, Adamentios. Ich habe das Gefühl, du wirst auch in der Zukunft mit der Großhilfe gegen die Bedrohung durch die Böse zu sein. Bist du bereit? Ja. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ich muss sicherstellen, dass du hart und dreckig kämpfen kannst. Temtem, los! Hart und dreckig? Tihami. Ah, die Endform von Nini. So. Ich kann mich nicht auf dem. Ich kann mich nicht auf dem. icasst. Ich kann mich nicht auf dem. Ich werde dich leiden. Ich kann mich nicht auf dem. Und so. Aua. Na, bei Haku muss man ein bisschen aufpassen, ne? Alter, wie sieht man denn so wenig ab? Jetzt ehrlich? Irgendwie zählen wir total wenig ab. Ja, Britzel würde wahrscheinlich jetzt mit K.O. gehen, okay. Wieso denn? Ja, ich tausche die mal einmal aus. So, auch tauschen hier. Oh, es gibt Kachunkel. Lebensspendender, krass. Wahrscheinlich so eine Art von Regeneration, wach? Ja. Meteor Schwarm. Und mit die heilen wir jetzt noch einmal Haku. Bei Haku werden wir definitiv nicht rauchen, wenn da noch ein Feuertempel kommt. Ach, das ist auch ein Dings hier. Ein pflanzend mental. Ah, Britzel. Ja, du musst einmal Britzel jetzt hier heilen. So. Aua. Ja, wir haben jetzt nur knapps überlebt die ganze Zeit. Tschüss. Ach, Funkelbelastung, alles klar. Sehr schön. Kach Funke Level ab. Ähm. Boah, das wird schwer. Ich versuch's mit Fenix. Ah, Mist, ich hab gerade Dings gegillt. Ah, da muss man den Beleber einsetzen, ich brauche Britzel wieder. Wie wahnsinnig, bei Kino hier Dings einzusetzen. Fenix. Ding. So. Ich brauche Britzel für Wimpelung. Aua. Ja, Funkel, ich kann leider nichts machen, du bist sowieso gleich K.O. Ja, das dachte ich nämlich schon, aber wir hätten nämlich Fenix weg gewesen. Alter, wie viel Schaden das Ding macht. Ähm, boah. Warum hat der Immo-Normal-Schaden eingeführt? Ah, es tut mir leid, Funkel. Wuuuuh. Oh, Glück, richtig getippt. Ich hab nur so gern dafür gedacht, oh Mist, ich hab mich verklickt, aber nein. Wenn dich nicht mehr oder zu dir mal 3000 Meter rein. Den, 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 den. Den, 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 den. Ah, Lumi. Das Ding ist so 38, das muss hier als Techniker geworden rein. und bis weg also hat noch so viele probleme ich kann jetzt kein pfennigs in der hake einsetzen da gibt es ein beta auswurf dem platten markt operation bis och man alter kino muss sich ausruhen nein bitte nicht auf kritze oh nein pfuh alter kam aber das natürlich auch noch ich muss pfennigs einsetzen pfuh warte mal nee 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 22 äh herr wird aua aaaa aaaa alter so tschüss jetzt haben wir eine hake übrig ja natürlich kommt ein grampa an wenn ich jetzt spritzeln nicht mehr hab ey das Vieh muss unbedingt noch mal weg ey das ist mit nem Kampf ok haben wir ja komm es hat sich hat sich extrem geschwächt mit seinem lebensschwendenden Saft los jetzt sehr gut 2000 ähm das hast du hochdruck müssen wir jetzt so ein bisschen hier rum knapsen die sind aber auch eine echt gute kraft hier ne so immer ein bisschen langsamer machen mit Wurzeln so speed down oh dann jetzt kannst du wieder Nietzschuss 2 einsetzen hua oh alter das war knapp und nochmal 1060 wunderbar das ist genau die Art von Kampfgeist die wir gegen die Bersettus brauchen äh nun gut jetzt fühle ich mich etwas weniger schlecht dich auf diese Mission zu schicken ich gleich sofort auf du möchtest der Bund unter deinen Füßen immer fest sein dein Majors geh nun der Nawal bricht sicher jeden Moment auf und hier ist etwas das ich dir geben möchte ich habe es selbst gezüchtet und für einen besonderen Augenblick trainiert das wird dir sicherlich gut dienen du bist nicht bereit für das volle Potenzial von Dindri also du würdest in dein du würdest zurück in dein Tierdecke was das volle Potenzial von was ok die hat mir ein neues Dindri geschenkt auf Level 35 kann ich das noch umbenennen ich meine das ist ja stärker als unseres ne und das ist 32 schauen wir mal boah das war wohl ein nerviger Kampf ey hallo obwohl ich glaube das ist nicht mehr umbenennbar weil wir das jetzt gerade weggepackt haben da ist es wo ist denn der Tihani wo ist denn der Tihani Doppeltritt ja ok aber ich behalte mal meins ich behalte mal meins so ich werde auch Dings in der Tasche mit behalten unser Karfunkel weil ich habe das Gefühl dass er vielleicht irgendwann mal so richtige Bombe wird so ihr habt jetzt mal Pause ihr beide da kommen wir ja große badam 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 wir reisen jetzt wieder los hi hey oder Matthias also hast du Tihani besiegt? gut glaub dich übrigens hat uns der Hafenfahrer dann gerade grünes Licht gegeben los zu segeln wir reisen nach Kisiva auf nach Kisiva prima deine übliche Koje steht bereit das wird ja ein paar Stunden dauern also mach doch in der Zwischenzeit endlich ah Nika Schien wuss Adlam, 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 wir werden angegriffen das ist keine Übung wir werden angegriffen wer ich habe keine Ahnung Luftpiraten, Kultisten in Daira aus dem Fliehen so viel Fertbreit das ist egal Hilfe uns oder wir sind verloren klar klar warum sollte man auch mal eine gemütliche Fahrt haben aus den harten Aufgaben ähm Belsottos ein bisschen hoch wir brauchen nur noch eine Minute ähm wir tauschen mal Dings hier aus oder was du siehst da jetzt nicht so die Schnitte drin da machen die Belsottos hier das Megaproblem das ist wirklich ein KP nur noch bei Skunch das ist ein einziger KP Schleim ne und du machst einfach bisschen Schleim so tschüss tschüss auch Schleim alles klar das ist kein Wassertemtem kein Kampf Mastion also das ist ein der Mastisch kann ich nicht austauschen So, tschüss. So, komm zurück. Los geht's, Fenex. Was das schneidet denn hier? Au, au, au. Alter, das hat viel Schaden gemacht. So, tschüss. Puff. So. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Wilde Klaue, bam. Hat er ordentlich sein Dings gesenkt. Und da geht Lumi dahin. Ah, Lumi. Los geht's, Kapunkel. Dum, dum, dum. So, tschüss, Mastioner. Corona. So. Sehr gut gemacht, Kapunkel. Babung. Ah, der hat halt Entwicklung von Dingsbums hier. Oh, der ist ja schon K.O. Gut, den Austauschen. Lumi ist leider schon K.O. Na, bleibt mir ja nicht mehr fübrig hier, ne? Guck mal zurück. Bitte. Spritze raus. Aua. So und so. Aua. Weg mit euch. So, platzere den Sprengstoff und zieh dich zum Mutterschiff zurück. Was? Sprengstoff-Moment. So. Erstmal eine Essenzflasche hier. Kämpft, kämpft, oh mächtige Krieger. Lasst niemandem eurer rechtsschaffenden Wut entgehen. Heute Nacht sollen sie sinken. Hinab, hinab. Oh, hinab und unten drunter mit ihnen. Aber was ist das? Es kann nicht sein, wenn das nicht der dinsianische Bauer ist. Oh, gelobt sei der Tag, denn ich kann meiner Rache genüge tun und gleichzeitig den klaren Koresotto dienen. Du und dein pätetischer Freund werden dich den nächsten Sonnenaufgang aus und unten drunter beobachten. Du kümmerlicher Wicht. Angard. Du kümmerlicher Wicht. Ach, Lumi. Lumi geht da die volle Packung hier ab. So. Spritzel. Das war ein K.O. Alter, wie verzieht denn das ab? Ja, es tut mir leid, Karvogel. Da muss ich mich auf euch beide wieder verlassen, ja. Drei Kameraden. Ach. Drei Kameraden. Drei Kameraden. Drei Kameraden. Bamm. Ah, Banshee. Ah, da muss ich, da muss ich nichts überleben. Hier hat sogar noch drei. Ah, pfuh, Alter. Da kann ja gar nichts machen. Das stimmt ja. Banshee ist Hunt-Fan. Fire-Chip. Ach, der trägt einen Fire-Chip oder wie? Wow. So, hier eine Salbe für dich, Britze. Oh, er hat überlebt. Ach, deshalb vierfach. Das ist auch mental. Oh, es tut mir leid. Hm, 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 hm. Deinamer Gewitter, bitte. Ich weiß, das überlastet mich weiter, aber das ist egal gerade. So. Hauptsache Banshee ist weg. Alter, das hat Dings gekillt. Übel. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, was ist ihr letztes? Bitte lass es irgendetwas für das Phantom sein oder so. Nini? Na, war ja klar. Noch so ein Kackvogel, ey. So, machen wir mal ein bisschen langsamer. Pum. Innere Kraft ist gut. So. Boah. Das sah auch aus, ey. Na, ich heile weiter hier. So. Kann das sein, dass die irgendeinen Bonus oder sowas haben? Dass die immer so mega stark sind? Aua. Und das war's. Gut. Fennix auf Level 33. Wir kreuzen erneut die Klingen, du bürgerliche Gewöhnlicher. Du solltest bereuen, dich meiner Not und Herkunft entgegengestellt zu haben. Ja. Was ist getan? Genieß deinen letzten Flug, kleines gebrochenes Paro. Was? Hint fort, hint fort. Oh, mein Segler der ätherischen Hügel. Bist du verwundet, Adam und Dios? Nein. Danke, der Großmutter. Sind alle in Ordnung oder cool? Käpt'n, sie haben ein Loch in den Ballon gerissen. Verliert in der Höhe. Das war ja zu erwarten. Wir hatten zu viel Glück. Sie haben uns gehen lassen. Ingenieur? Wir können nichts tun, Käpt'n. Wir füllen den Auftrieb. Die Narva stürzt ab. Beim Sturm. Nun haben wir keine andere Wahl. Hier. Herr Matthew steuert uns zu diesen Felsen durch. Käpt'n, wir werden es nicht zum Hafen schaffen. Das weiß ich. Mach es einfach, Mann. Rotler. Halt euch fest. Ich mag nicht, wie sich das anhört. Ja, außer, dass das Narva bereitet uns mal auffallen. In drei. Zwei. Eins. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Fack'n normaler Absturzstelle. So, Leute. Was aber, wo wir gelandet sind und was das Smalls auf sich hat, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video. Dein Dranz zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Dranz zu abonnieren. Dein Dranz zu abonnieren. Dein Dranz zu abonnieren. Dein Dranz zu abonnieren. Dein Dranz zu abonnieren.